Wissenschaft erlebbar machen, das ist das Ziel des Wissenschaftszentrums Experimenta in Heilbronn. Ende März feiert das größte deutsche Science Center Neueröffnung. Für die Besucher gibt es viel zu entdecken, denn anfassen und mitmachen ist hier Pflicht. Wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern auf spielerische Art und Weise naturwissenschaftliche Phänomene und technische Anwendungen vermitteln. Und wir glauben ganz einfach, dass dieses Wissen und die Auseinandersetzung mit den modernen Entwicklungen in Wissenschaft und Technik, dass die ganz einfach helfen, auch in dieser Welt sich besser zurechtzufinden. Spielerisch lernen und das funktioniert auf der Experimenta mit Virtual Reality, einer Windwerkstatt oder einem Wasserpark. Der Museumsbesuch wird zu einem sozialen Erlebnis, bei dem noch ganz nebenbei Wissenslücken gefüllt werden. Allerdings betont Geschäftsführer Hansch, wir sind kein Vergnügungspark, wir sind eine Bildungsinstitution.